Die Schlacht von Braxis, Protosflotte im hohen Orbit um den Planeten Braxis. Protos, Commander. Ich bin Vice Admiral Alexei Stuckhoff vom Vereinigten Erddirektorat. Wir sind hier, um die Terranische Liga und deren Außenkolonien zu übernehmen. Sie machen sich gerade einer direkten Verletzung des Terranischen Raums schuldig und haben ganz offen Terranische Streitkräfte angegriffen. Senken Sie Ihre Schutzschilde und fahren Sie Ihre Waffensysteme herunter. Das VED wird Ihre Schiffe übernehmen und desgleichen alle Beutestücke, die Sie von diesem Planeten mitgenommen haben. Vereinigtes Erddirektorat? Rainer hat einmal von der weit entfernten Terranischen Heimatwelt gesprochen, die er Erde nannte. Diese Menschen sind von weit her gekommen, um uns den Krieg zu erklären. Passt euch, Zeratul! Das klingt ja fast, als ob ihr diese Menschen fürchtet. Was sind sie denn schon im Vergleich zu uns? Waren wir es nicht, die den gefürchteten Overmind besiegt haben? Ja, Artanis. Wir haben den Overmind besiegt. Allerdings mit Hilfe einiger Menschen. Ihr solltet euch nicht dazu hinreißen lassen, sie zu unterschätzen. Natürlich. Exekutor, ich werde den Mut dieser Menschen testen, indem ich euren Schiffen vorauseile und einen Weg durch diese Blockade ausfindig mache. Entaro Tassada. Na ja, na dann, dann gucken wir mal. Also, alle Energiegeneratoren, um die VED-Blockade zu durchbrechen. So mal zerstören, alles klar. Und der Artanis muss überleben. Na ja, dann gucken wir mal, was da so Sache ist, ne? Ah, das ist das Level. Oh, wie ich das hasse. Das ist wieder so ein Level. Oh, wie ich die hasse. So, speichern. Das könnte es wieder eine etwas längere Aktion geben. So, jetzt laden wir hier aus. So, gut. Das hätte man jetzt. So, das wird erstmal kurz gespeichert. So. Die Sonde, die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Jetzt machen wir erstmal das so weg. Das stört nämlich nur. So, das machen wir mal weg. So. Halt, ohne sind noch einer. Mach schon Tudo. Gut. Das wäre weg. So, jetzt speichere ich nochmal. Ja, ich speichere hier ein bisschen arg viel. Hat aber auch einen Grund. Oh, oh, oh. Ja. Wegmache. Den scheiß Bunker weg. Ah, verdammt. Jetzt verliere ich gleich einer. Ja. Hopp. Roland weg. Stört hier nur. Weg inne. So. Na hopp. Weg, Bollare. Gut. Alles, was jetzt violett ist, ist ausgefallen. Oh, das ist schon eine ganze Menge. Exekutor. Jetzt, wo der Energiegenerator zerstört ist, sind die Geschütztürme auf dieser Plattform nicht mehr in Funktion. Ja, sehe ich. Wir brauchen Verstärkung, um diese Aufgabe zu beenden. Die Verstärkung ist jetzt unterwegs, junger Templer. Ja, ja, gut. Warte mal, aber die müssen wir trotzdem noch mitnehmen. Jetzt haben wir hier noch Verstärkung. Oh, geil. Dunkle Templer. Huhu. Das ist ja wie Weihnachten. So. Ne, bloß mal Flugzeuge. Die behalte ich jetzt noch. Halt. Die muss ich jetzt da hinsetzen, dass wir jetzt hier weiter können. Dass die Geschütztürme, die können uns halt eben sehen. Das ist so das Problem an der Sache. So, jetzt setzen wir mal das Dodo ab. Hopp. Ab. Wupp. Wupp. So, genau. Shuttle, dass ich mal hier stehe. Jetzt. Hier mal da rein. Und du da rein. So. Jetzt geht das mal da hin. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das dann... Das ist noch eine Sonde. Okay, dann können wir nämlich mal auskundschaften. Flup. Flup. Gut. Die bleiben jetzt auch mal da. So, es wird wieder gespeichert. Jupp. So, warte. So. Aber mit dem dunklen Templer möchte ich jetzt noch nicht vorpreschen. Mal gucken, was wir hier so jetzt in den Weg gestellt bekommen. Die können noch nichts machen. Das ist... Uah. Ja, wunderbar. Kriege ich die weg? Na, die kriege ich so natürlich nicht weg. Da stehen jetzt zwei Bunker. Das ist jetzt doof. Beginne. Na, dazu. Wache. Beginne. Aha, okay. Der kriegt den Ende doch schon weg. Das ist gut. Nein. Du Ochs. Oh, na also. Das war das. So, jetzt will ich... Die müsste ich jetzt auch so wegkriegen. So, sehr schön. Guck mal, die auch weg. Kann ich nämlich mit dem dunklen Templer do langlatschen. So, bingo. Genau. So, jetzt kann ich nämlich die doch nimmer. Was werden die eigentlich? Oh, die haben nur zwei. Wieso nix? Na gut. Jetzt wird nochmal kurz gespeichert. So. Ja, dann... Soll es mal so sein. Geh mal hin. Und mach die mal weg. Die müssten mich ja eigentlich nicht sehen. Sehr schön. Bloß der müsste mich noch sehen. Na, hopp. Mach den weg. Gut. Aber ich glaub, dies... Ich glaub, der sieht mich. Oder? Ja. Der sieht mich. Gut. Mal gucken. Die werden wahrscheinlich nicht lange überleben. Macht aber nix. Weg mit. Weg mit. Weg mit. Scheiße, ey. So soll es sein. Für Aiu. Das ist jetzt nicht so gut. Werde ich gebraucht. Initialisiere. Beginne. Na hopp. Nichts oder. Bestätig. Hopp, hopp, das Ding da weg. Initialisiere. weg mit wo ist denn der ordner gut jetzt halten wir hier position wohl den machen wir weg das stört in die enge getrieben so wo sind meine templer gut ach nee muss ich jetzt hier das alles doch weg boller oder was die werden weg aber da komme ich nicht durch da oben komme ich auch nicht lang hätte ich da hin gemusst oder wie oder wat warte mal wo ist meine sonde ich hatte doch irgendwo noch eine sonde eine isolde sonde mal gucken ob wir da vielleicht weiter müssen mal gucken da geht es nämlich schön weiter ach kacke ach schnauze ja da wäre nämlich der nächste gewesen aber hier oben ist auch noch einer hm kriege ich die doch so weg meine dragona hopp zieht man doch hier da hin so jetzt wegmache dass ich doch mit der shuttle rüberkomme so ist das doch noch weg dann gucken wir mal initialisiere so gut das wäre auch erledigt so jetzt brauche ich mal shuttle wo sind die die sind da unten dann gucken wir mal ob das so funktioniert wie ich mir das dort denke weil die kriege ich so nicht weg da muss ich mir jetzt was anderes einfallen lassen so du da rein du da rein du da rein so mal gucken was passiert wenn ich jetzt da hochfliege ah natürlich war ja klar wie macht man das jetzt am geschicktesten mal gucken so jetzt rob mal da erstmal alles weg so ein bisschen sauber machen ja 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 scheiße scheiße das war jetzt nicht so schlau schlau naja das war jetzt nicht so schlau na 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 kacke eh wie macht man das jetzt am geschicktesten wenn ich hier lang gehe kann ich da so rum dann komme ich auch zu dem da irgendwie da nuff obwohl da auch ein belagerungspanzer irgendwo steht hm wie macht man das jetzt also die idee die war schon nochmal nicht so verkehrt die da da abzusetzen das war schon mal eine gute idee hopp so soll es sein wenn man einer verloren ich brauche alle vier das geht so nicht das geht so nicht äh muss ich mal shuttle wieder anders da hinsetzen oh wieder ans mikro gedonnert sehr gut wenn man ans mikro donnert so jetzt mal da rein und du setzt die mal da ab hopp mach hin so erst mal alles weg ja 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 warte moment so es wird erst mal hier wieder gespeichert so da oben da komme ich noch nicht hin gut 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 jetzt geh du mal da hin du da rein und du da rein du lädst mal hier ab äh hallo ausladen bitte sehr schön gut speichern wir nochmal so hier geht mal da runter und haltet mal hier Stellung so hopp mach ihn weg so das machen wir weg initialisieren der antedragona der steckt schon BSI verdammt Anna ist schon weg na gut egal ich hab was ich wollt so jetzt speichern wir monat zwei so jetzt nehmen wir die mal mit machen die unermole ein bisschen sauber was ist das das ist noch eine Sonde das wo sehen die mich die sehen mich nicht weil da was fehlt dann mach ich den Panzer doch noch weg so jetzt warte mal was oh kacke der sieht mich der sieht mich wieso sieht der mich wieso sieht mich der Penner gibt's doch gar nicht dass der mich so sieht so gut na 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 freund sooo net kacke wo sind meine Tempels hopp mach das mal weg warte mal warte mal fuck 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 ich hab ja die doch noch äh lass du mal tot so ist es ja ja so ist es und so soll's nicht anders da sei genau jetzt gehen wir erst mal da nuf dann machen wir mal den Bunker da platt ich bin dazu bereit so was hat denn der Englisch für Werte ich bin bereit Schogal Schogal wohin soll meine Wut sich richten ich bin dazu bereit so alles weg bollache aber flott dann die Panzer noch weg mache oh so der Panzer weg so du hältst mal hier Position gut wir gehen mal kurz da nuf machen wir das da ober alles weg so das ist weg so so gut jetzt muss ich nur mal gucken dass hier nix ist dass ich mit meinem dunklen Templar dorthin kann so jetzt warte mal jetzt probieren wir jetzt mal so der sieht den hier nix ha weg ist er sehr schön sehen die mich na die sehen mich net geil ja geht doch uff so wie ich das habe will so ihr haltet mal hier Position Position das machen wir noch weg na komm das machen wir noch weg alles weg bollere blöde Terraner das machen wir weg so jetzt wie verfahren wir jetzt weiter am geschicktesten komm ich da oben irgendwie dahin weil die schießen ja sofort mein Kollege da ab hm 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 so das machen wir noch weg dass da Atanis und die andere gut durchkommen erstmal machen wir mal das da noch weg stört nämlich auch alles so weg fuck jetzt haben wir schon einer verlor ich bin bereit betrachtet es als erliebt fuck alter jetzt habe ich mein dunkle Templer verloren na egal was soll's wenn ich jetzt hier rumfliege warte mal da scheint ja da habe ich jetzt nur die Bunker ach scheiß drauf drauf nein 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 so nischt so nischt hopp mach mach ihn weg scheiße scheiße ist schon gleich mein dragona wieder weg toll mein dragona ist gleich weg oh hat's überlebt mein dragona hat's überlebt hopp mach das da weg so jetzt aber hola den Käse da weg das mit meine dunkle Templer jetzt so nuf kann so ist ist das da noch bum bim bomm bim bomm ach das kann der auch so machen dann geht's ziemlich flott naja gut flott ist was anderes aber ich kann's jetzt nicht ernere der hat schon ein bissl was eingestickt macht aber nix dum bim bam naja gut es geht ja es geht zwar langsam aber es geht voran das will ich noch ein paar sonden da hinten hin haben euch ihr könnt da runter für die nächsten yeah haha die verstärkung ist jetzt unterwegs junger Templer geil 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 haben wir hier jetzt noch was oh was haben wir da jetzt noch mehr Berserk oh noch mehr dunkle Templer geil 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 äh der ist schon voll geil 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 geile sache geile sache geile sache so jetzt haben wir das noch der Bunker der interessiert mich eigentlich herzlich wenig ja 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 jetzt machen wir hier kevelle so weg mit hopp bollern weg so ausladen flop 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 gott das hat er weg das ist sehr schön 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 ist ja ein ziemlich hoher abgriffs radius ja also ist so ein panzer scheiße ach du hast ein panzer mit dem kann ich jetzt mich nicht alle lecke das ist schlecht so du gehst mal wieder dahin zu den ganzen anderen shuttles dich lad ich mal hier aus blub blub dich lad ich mal da aus blub 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 gut weg weg so du kannst mal wieder da nach unten jetzt erde mal auf mit dem blink das geht mal auf den keks so jetzt wie macht man das jetzt das hat mal kurz gespeichert jetzt mal kurz überlegen ich hab hier zwei dragona mit denen das könnte ich mit denen machen so das boller mal so noch weg so das boller stum hier auch noch weg jetzt jetzt müsste eigentlich gleich so ein scheiß jet kumme da ist der blöde panzer der mich schon die ganze zeit stört stehe, der macht mir ja nix. So, wie komme ich jetzt dahin? Wäre ja eigentlich der direkte Weg. Ich müsste eigentlich auch da außen rum können. Gibt ich irgendwo noch eine Sonde? Sondi, flieg du mal kurz dahin. Warte. Mach das mal weg. Bist du in Richtung? Ach. Nervt es. Wach, Fan. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Oh. Er hat den Goliath fertig gemacht. Geil. Verwendet mich. Initialisiere. Hopp, weg. Roland, weg. So, das Ding ist da unten. Aber wie komme ich jetzt da hin? Hopp. Weg mit. So. Oh. Gut. Immer schön hier an der Kante bleiben. Ich wüsste nämlich, ob hier noch irgendwo ein Panzer steht. Wäre ja eine böse Überraschung, wenn da einer stehen würde. So. So. Jetzt mal schön alles hier wegmachen. So. Können wir da unten durch? Ich will es doch mal hoffen. Hopp. Das nervt mit dem... So. Mit zwei Dragona hier durchgehe. Scheint doch schon gut zu funktionieren. Da-di-da-da-di-da-da-da. Jetzt versiere. Nichts oder. Und beginne. Oh. Ei. Nichts oder. Ab. Das wo? Willst du hier? So bleib. So soll es sein. So. Ja, was soll das sein? Bitteschön. Initialisiere. Oh, hi. Nimmts Feuer. Initialisiere. Wieso kommt doch ein Goliath? Ich bin dazu bereit. Für Aju. Scheiße, ey. Wieso kam da jetzt ein Goliath ums Eck? Nichts oder. So. Hey. Wie komme ich jetzt da hin? Nichts oder. Ach, Schäu. Bestätigt. Das ist jetzt doof. Ich muss da irgendwie hin. Ich bin bereit. Ja, das ist sehr schön. Betrachtet es als erledigt. So ist es. Gut. Wenn ich denn do... Ich bin dazu bereit. Betrachtet es als erledigt. Für Aju. Was wünscht ihr? Ich bin bereit. Ei, ei, ei. Er könnte es schaffen. Was wünscht ihr? So ist es. Okay, erkennt es doch nicht, Schoffer. Scheiße.